ein herzliches willkommen und ja damit ein herzliches willkommen zur städte wo ja ja wir waren in der letzten folge hier stehen geblieben weil ich mir halt gedacht habe okay ich weiß jetzt nicht wie lange das level noch geht bevor wir wieder hier so eine stunde folge haben am ende habe ich mir gedacht kommt machen wir einen cut und fangen hier einfach an der nächsten folge an wir haben bis jetzt nur ein sonnen stein gekillt das war der rote müssen aber insgesamt drei davon killen ja und wir haben uns natürlich hier auch schon wieder mit den einen oder anderen angelegt gehabt hier müssen wir rein mir ist das ein bisschen so ruhig gerade ehrlich gesagt ist mir das ein bisschen zu ruhig gerade ja ehrlich das ist mir nicht ganz geheuer füge diesen glück keks im bett hinzu um ihn super sexy zu machen okay alles klar wusste ich nicht dass man das machen kann mit glücks keksen frage ich mal den nächsten schien aber so ob das so stimmt oder nicht die werden wahrscheinlich nur ganz gewünsch angucken aber gut wer mit einem einhorn durch ein einkaufszentrum rennt dem wundert auch nichts mehr einh 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 so Fuck it. I've had enough of this old-school shit. Stop. Wait a time. Stop. Okay, I don't- I don't know. 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 I have to know. I have to know. I have to know. I have to know. What? Nein! Warum? Oh! Wie bin ich denn gestorben jetzt? Nur weil ich runtergesprungen bin? Oh Mann ey. Manchmal glaube ich will mich das Spiel ärgern oder so. Nein. Äh! Äh! Was ist das? Wo ist der Schamane? Da ist der Schamane. Ne? Ne, das ist doch nicht der Schamane. Der Schildtyp. Aber hier irgendwo ist, bestimmt auch hier ein Schamane. Ja, da ums. Da wartet der schon um uns. Ahem, ahem, ahem... Ach! Ahem! 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 warte mal still so gut wo geht es denn das für mich lang wenn wir liegen da oben okay weiter geht ganz viele bücher musste jetzt nicht das mutanten auch lesen aber gut was sollt man lernt immer was soll ist das so auch mutanten bilden sich weiter anschauen okay ja 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 Das war's für heute. Okay, warme. Ich liebe den Geruch von Keksen am Morgen riechen wie Kekse. Ja, klingt simpel. Ja, von der Weisheit des Haares. Okay, wer kommt da? Du warst jetzt aber nicht der einzige Gegner, oder? Oh Gott. Darf ich wieder nach Hause? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das sage ich mir auch immer jeden Morgen, wenn ich im Spiegel gucke. Ähm, ja. Danke. Bist du bald fertig mit deinen Beeten da? Oh Gott. 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 Das war's nicht so. Oh Gott. Oh, da kommen hier noch mehr. Ups! Er lacht sich gar nicht. Kleine. Naja, ich möchte das hier nicht sagen. Okay. Danke. Kommt mal her, meine Freunde. Oh, das ist doch schön. 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 Oh, das ist doch schon. Oh, das ist doch schon. Okay, haben wir noch hier irgendwo? Aber das reicht hier nicht, ne? Ja, haben wir noch irgendwo? Was? Medikit oder so? Ja, da hinten. Wacke! Ja, da hinten. Ja, da hinten. Okay. Ja, da hinten. 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 Okay, I think we dropped something. Oh, it's your blood. Oh, my God. Okay, almost yet? Oh, my God. 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 Ahem! 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 Okay, hier unten geht es auf jeden Fall nicht weiter. Müssen wir nach oben. Bevor wir da hochgehen, jetzt gucke ich noch mal, ob wir hier noch eine Kiste haben. Nö, haben wir nicht. Also können wir da jetzt ohne Probleme hochgehen. Und da geht es dann wahrscheinlich weiter. Oh ne. Oh nö. Leute, das ist jetzt unfair. Lass mich kurz. Oh ne, gleich zwei? Ne, das mache ich nicht mehr. Ey, Junge! Das ist unfair. Oh nö. Nö, 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 nö. Nö, nö. Nö! Halt die flerehens truths. Leute, das ist unfair. So haben wir nicht gewettet. So haben wir nicht gewettet. So haben wir nicht gewettet. Sollen wir nicht. Sollen wir uns zuerst. Ah! Ja, ich kann es nicht. Ah! Ah! Shit! Folagging low! Ah! Shit! Folagging low! Ah! Shit! Folagging low! Die halten aber auch echt was aus, die Viecher, ne? Ja, oh fuck you Das denke ich mir auch Ist mir das في das Es tut mir unterschiedlich Oh! Ah! Das war nichts Geh! Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Für mich die schlimmsten Gegner sind die hier. Einen haben wir?! Oh Gott sei Dank! Einen haben wir! Nur noch eine! Mit einem werde ich noch fertig. Aber zwei sind mir so doll echt. Da kommen wir hier mein Freund. Da kommen! Ja! Ja! Ja, das denke ich mir auch. Nein! Nein, 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 nein! Oh Gott sei Dank, ey. Junge, Junge, Junge. Komm, ja! Genau! Jungs, wollt ihr mich verarschen? Das ist nie euer Ernst jetzt. Sie ist auch so... Ich werde mich verarschen. Ja, ich werde mich verarschen. Wenn ich euch kleinen Viecher erstmal hab, dann kriegt sich das große gar nicht. Dann schafft man das schon mit dem großen. Dann müssen wir wie erst klein hinbekommen. Luca! Ja, ich werde mich verarschen. Ich bin jetzt raus hier. Ist das Level wenigstens zu ändern? Nein. Es geht noch weiter. Warum auch immer. Sonst dauern die Leveln gar nicht so lange. Jetzt erstreckt sich das wie so eine gefühlte Ewigkeit. Ist nicht mehr normal. Oh Mann, 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 Mann. Wenn ich jetzt nämlich aufhöre. Und hier einen Cut mache, dann ist das Level innerhalb von 10 Minuten vorbei. Das ist so typisch für dieses Spiel. Das ist so typisch. Das ist so typisch. Oh Gott, oh Gott. Ja, gut Leute. Die Folge ist wieder etwas lang geworden. Tut mir leid, aber ja. Wie ich schon gesagt habe, hätten wir jetzt beendet, hätten wir nur noch irgendwas bei 2-3 Minuten gehabt. Es war ein aufregendes Level und es war ziemlich gemein an einigen Stellen. Aber gut. Wir haben es trotzdem geschafft. Ja, gut. Dann vielen Dank fürs Reinschalten, würde ich sagen. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däubchen nach oben freuen. Und ja, wie gesagt, vielen Dank für euer Zuschauen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.